Die Deutschen müssen also in dieser Woche viel Geduld mitbringen und sich auf viele Unwägbarkeiten einstellen. Die zweite Woche des Jahres 2024 ist eine wahre Streikwoche. Neben den Bauern und den Lokführern ab Mittwoch lassen auch die Spediteure sowie die Gastronomen ihre Muskeln spielen. Sie schließen sich ebenfalls den Protesten an. Es ist bereits die Rede von einer Art Generalstreik, den es ja in Deutschland eigentlich gar nicht gibt. Aber das Ganze orientiert sich schon an dem französischen Vorbild. Hunderte Traktoren versammeln sich im Dezember vor dem Brandenburger Tor, legen die Straße des 17. Juni in Berlin lahm. Es ist nur ein Vorgeschmack auf das, was diese Woche bundesweit an Blockaden droht. Denn nicht nur die Bauern tragen ihren Frust auf die Straße, auch viele weitere Branchen schließen sich an. Aus einzelnen Protesten wird so eine Massenbewegung, die das Land lahmlegen soll. Die CSU sieht die Schuld bei der Ampelregierung. Die Ampel hat Deutschland in Unordnung gebracht. Wir erleben eine Polarisierung, wie wir sie seit Jahrzehnten in diesem Land nicht kennen. Die Ampel hat fertig. Sie hat das Wirtschaftswachstum zerstört, eine Energiekrise hervorgerufen, die Migrationskrise schlichtweg nicht gelöst. Und viele Dinge mehr, die dazu führen, dass es in der Gesellschaft Angst gibt, dass es Emotionalisierung gibt, dass es Proteste gibt. Schützenhilfe bekommen die Bauern von den Spediteuren. Und nicht nur die kämpfen gegen die Kürzungspläne der Bundesregierung. Mies ist die Stimmung auch unter den Gastronomen, nachdem die Mehrwertsteuer wieder auf 19 Prozent gestiegen ist. Und Mitte der Woche kommt es für viele Pendler ganz dick. Die Lokführer streiken, legen den Bahnverkehr in Deutschland von Mittwoch bis Freitag lahm. Dass die Protestwoche in dieser Form eine einmalige Angelegenheit bleibt, unwahrscheinlich, sagt Politikwissenschaftler Werner Patzelt. Wenn die Politikerschaft sich nicht daran macht, auf das zu hören, was nennenswerte Teile der Bevölkerung für richtig oder für falsch empfinden, dann in der Tat wird seitens der Bevölkerung das Protestverlangen zunehmen. Und wenn sich dann verschiedene Einzelproteste verbinden, sodass der rechtlich untersagte Generalstreik faktisch entsteht, dann sind wir sozusagen in der schlimmstmöglichen Lage vor der Bürgerkriegslage angelangt. Welche Auswirkungen die Protestwoche konkret haben wird, ist noch nicht abzusehen. Allerdings ist mit Versorgungsengpässen und massiven Verkehrseinschränkungen zu rechnen. Die Woche des Streiks in Deutschland hat begonnen. Bei mir im Studio ist der politische Kolumnist Gunnar Schopilius. Guten Morgen, Herr Schopilius. Schön, dass Sie zu mir gekommen sind. Also was zeigt das im Moment über den Zustand Deutschlands oder vor allen Dingen die Bevölkerung im Umgang mit der Ampelkoalition? Vielleicht kann man es gar nicht so weit ausdehnen und gar nicht sagen, was die ganze Bevölkerung denkt. Aber natürlich ist die Stimmung angespannt. Aber die Bauern selbst, die haben tatsächlich allen Grund sehr wütend zu sein. Da ist die Erhöhung auf den Agrardiesel, die Steuererhöhung auf den Agrardiesel eigentlich nur der Tropfen gewesen, der das fast zum Überlaufen brachte. Wir können jetzt die letzten Jahre rekapitulieren. Sie sehen sich einer Gängelei ausgesetzt, wie es von Seiten der Politik sie noch nie gegeben hat. Aber bedeutet das auch, dass das so eine Ad-Hoc-Aktion der Ampelregierung gewesen ist, schnell im Dezember zu entscheiden, was ab 1. Januar eigentlich gelten sollte? Das habe ich eben auch so eine lange Pause gemacht, weil ich richtig nach Worten gerungen habe, wie man diese Politik überhaupt erklären kann oder auch nicht erklären kann. Es wirkte willkürlich und dilettantisch. Sie haben gesagt, es ist ein Loch im Haushalt und jetzt stopfen wir das. Und dann haben sie geguckt und gesehen, ach, die Bauern, die zahlen ja weniger Steuern auf Agrardiesel als andere. Und ohne zu fragen, welchen Zusammenhang das hat oder ob das so sein muss, haben sie gesagt, na gut, dann erhöhen wir die Steuern. Die haben ja nicht gesagt, wir kürzen am Bürgergeld oder die Asylbewerber kriegen weniger oder sonst was anderes. Nein, sie haben einfach gesagt, die Bauern, die müssen ja jetzt auch mal mitmachen und gar nicht gefragt, ob die Bauern das zahlen können. Und da kommen wir zu dem Punkt, denn die Bauern unterliegen seit einigen Jahren Auflagen, die sowieso alles teurer machen. Aber auf deiner Seite muss man auch sagen, die Agrarwirtschaft ist hoch subventioniert durch Europa und durch die Bundesregierung. Die ist hoch subventioniert, das gilt allerdings für alle europäischen Staaten. Und jetzt kommen wir zum Wettbewerb. Die deutschen Bauern müssen in diesem Wettbewerb bestehen. Wir sind ja nicht nur Eigenversorger, sondern wir exportieren auch zum Beispiel Getreide oder auch Fleischprodukte in andere europäische Länder und zurück. Das nennt man Handel. Und da kann man jetzt nicht sagen, wir kürzen euch die Subventionen und dann haben die französischen Bauern immer noch ihre und exportieren dann ihre Produkte zu uns. So geht das nicht. Und deswegen gibt es die Subventionen. Da kann man nicht sagen, ja, ja, die werden ja hier vom Staat gepimpert. So ist es nicht. Wenn Sie sich die ersten Reaktionen angucken, dann haben wir so den Eindruck, unsere Reporter sind ja auch bundesweit draußen. Die Bauern erfahren wirklich eine Unterstützung in der Bevölkerung, also eine große Solidarität. Ist das auch ein Zeichen gegen die Regierung oder glauben die Leute wirklich daran, dass die Bauern schlecht behandelt werden? Das ist ein bisschen unterschiedlich. Auf dem Land gibt es diese Unterstützung. In der Stadt gibt es auch ein bisschen eine Entfremdung von den Bauern. Das kann man deutlich sehen, dass hier auch viele gar nicht wissen, wieso fahren die denn hierher mit ihren Traktoren? Es ist ja auch so kalt, sollen sie doch lieber zu Hause bleiben. Aber die Landbevölkerung weiß natürlich genau, worum es hier geht. Und die weiß auch genau, dass die Zahl der Höfe und der Familienbetriebe immer weiter abnimmt. Man sieht es ja dann. Der eine macht zu, der andere macht zu und sagt, ich kann mir das nicht mehr leisten. Es lohnt sich einfach nicht mehr. Das ist ja einfach nur ein Rechenbeispiel. Wenn am Ende nicht viel übrig bleibt, dann sagt er, dann mache ich halt was anderes, dann mache ich einen anderen Job. Und das merken ja die Leute. Und dann sehen sie eben, dass von Seiten dieser Bundesregierung, und das hat sogar der Ministerpräsident Weil in Hannover gesagt, der der SPD angehört, von Seiten dieser Bundesregierung überhaupt kein Signal kommt, ja, wir haben euch verstanden und wir gucken da nicht zu, sondern wir sehen, dass ihr über die Runden kommt. Es ist eine aufgeheizte Stimmung, ja schon seit Tagen. Das war vergangene Woche mit Robert Habeck. Aber was wir jetzt auch sehen, es sind ja nicht nur die Bauern, die eine Woche ihren Protest durchziehen werden. Die Spediteure haben sich angeschlossen, die Gastronomen schließen sich an und jetzt auch noch die GDL. Also die Lokführer wollen jetzt auch Deutschland lahmlegen. Also in welchem Zustand befindet sich unser Land? Im Zustand des Aufruhrs, aber jeder hat einen anderen Grund. Die Spediteure haben einen sehr guten Grund, weil es zum 1. Januar eine Erhöhung der Klimaabgaben nicht nur auf Dieselkraftstoff gab, sondern zusätzlich noch eine neue CO2-Maut für den LKW. Das ist eine unglaubliche Belastung für die Spediteure. Das ist das eine. Die Lokführer wiederum haben ganz andere Motive. Sie sagen, wir kriegen zu wenig, unser Schichtdienst ist zu belastend. Also es gibt überall verschiedene Motive und das Ganze hat sich jetzt zusammengefunden in einem großen Wutausbruch über diese Regierung, von der eben viele meinen, dass sie den Willen der Mehrheit in der Bevölkerung nicht abbildet, in dem, was sie tut. Gunnar Schopeius, vielen Dank für Ihre Einordnungen und ich glaube, wir werden auch in den nächsten Tagen und Wochen noch einiges zu besprechen haben. Gerne, vielen Dank. Noch mehr News, die gibt es bei unserem Nachrichtensenderwelt. Einfach den Sendersuchlauf bei eurem Fernseher starten. Die Anleitung dazu, die findet ihr hier. Und wenn ihr spannende Dokus sehen wollt, packende Reportagen, dann müsst ihr einmal hier klicken. Und dann geht es um, wenn ihr da seid. Und dann geht es um, wenn ihr da seid.